Für die Geissens hat sich ein echter Traum erfüllt. Ihre Superjacht wurde erfolgreich von Monaco in die Wüstenmetropole am Persischen Golf überführt. Etwas dreckig sei der 38-Meter-Kahn im Hafen eingetroffen, aber immerhin noch seetüchtig. War eine lange Reise bis hierhin, resümiert der Kult-Millionär sichtlich erleichtert in einem neuen Instagram-Beitrag. Zwar stünden jetzt noch einige Herausforderungen an, doch erst einmal sei die langgehegte Vision von ihm und seiner Frau Carmen, 58, verwirklicht worden. Die Vereinigten Arabischen Emirate vom Schiff aus erkunden zu können, bietet auch für die aktuellen Dreharbeiten zur neuen Staffel der Familien-Doku reichlich neues Futter. Im Januar sollen die neuen Episoden dann im TV ausgestrahlt werden. Roberts Fans sind ganz aus dem Häuschen, den Luxus-Dampfer ab sofort in einer völlig neuen Kulisse und Umgebung bestaunen zu dürfen. Ich finde, dass die Indigo-Star super nach Dubai passt, kommentiert beispielsweise ein User unter dem Beitrag. Viele andere wünschen der Millionärsfamilie einfach nur viel Spaß bei ihren neuen Abenteuern oder zumindest immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel. Einige Meinungsäußerungen zielen jedoch in eine ganz andere Richtung und betreffen weniger die Indigo-Star oder deren neuen Heimathafen, sondern vielmehr den 59-Jährigen selbst. Eine deutlich sichtbare Veränderung blieb den zahlreichen Followern nämlich nicht verborgen. Robert wirkt in dem kurzen Clip fitter denn je. Der Robert hat aber ordentlich abgenommen, sehr stark, urteilt ein Nutzer anerkennend. Wow, du hast drastisch abgespeckt, merkt ein anderer ebenfalls neidlos an. Seine persönliche Meinung zu der Body-Transformation des Zweifach-Papas sieht gut aus. Natürlich dürfen aber auch die Stimmen nicht fehlen, die sich sofort sorgen um die Gesundheit des Modemachers machen.